Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Wieder einem schönen, sag ich mal, Flawless One, den ich hier von Fannock zugeschickt bekam. Wirklich eine schöne Leistung. Auch am Ende des Videos seht ihr dann noch das Bild, wie er das gemacht hat und so. Ich glaube, das Monster macht auch wieder gar keine Attacke. Ein schönes Damage-Bild, wie ich finde. Auch ein sehr, sehr schönes Outfit, wie ich finde. Kannst du vielleicht auch mal in das Video schreiben, was du da benutzt hast. Und welche dran Smogs und so weiter. Sieht eigentlich richtig cool aus. Welche Farben und so weiter. Wenn du da Bock hast. Oder kannst du mir mal ein Video zukommen lassen für Fashion Slayer. Wo du dann zeigst, was du da ausgewählt und also equipt hast. Sieht nämlich echt richtig cool aus. Wir sehen wieder den Betäubungsdrang. Wir sehen Angriffsgeschwindigkeit. Also Raserei und Prügel-Elixier sehen wir. Er geht direkt ran. Macht sogar noch einen Flair für sich selbst, dass er auch weiß, wo es ist. Geht direkt ran. Oder beziehungsweise geht direkt mit den Mistralströmen ran. Macht direkt den Ansturm. Ist dann ein bisschen auf den Hinterbeinen gleich. Das wird man gleich sehen. Ich habe mir das jetzt gerade zweimal vorher angeguckt. Ein bisschen analysiert. Ein, zweimal hat er ein bisschen Glück, sage ich mal. Was dann für einen Effekt hier auftritt. Hier, dass er direkt umstößt. Das ist, denke ich mal, absolut sinnvoll. Geht hier schön auf den Kopf drauf. Da hat er natürlich den Mehrschaden, weil er die donnernden Blitze ausgewählt hat. Wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Macht jetzt hier schön. Hier hat er jetzt ein bisschen Glück, weil hier wäre nochmal oder eventuell der Wutzustand gekommen. Dann wäre der Knock nicht oder dieses Blitzdingsen nicht gekommen. Und dann kann er ihn halt schön auseinander holen. Also hat drei Knock-Phasen, glaube ich, direkt hintereinander. Und der dritte kam direkt zur richtigen Stelle. Soll die Leistung nicht schmälern. Absolut genial. Kann man so durchballern. Und dann seht ihr, das sind die Monster eigentlich relativ einfach. Wenn man das ein paar Mal spielt. Ich sage mal so, in einer halben Stunde sollte das eigentlich jeder geschafft haben. Jetzt seht ihr gleich noch das Bild. Ja, Grüße gehen wieder raus an Fannock. Vielen, vielen Dank für die Builds, die du mal dazukommen lässt. Oder beziehungsweise halt eben die Flawless Runs hier. Richtig cool von euch. Ja, und ich freue mich weiterhin aufs Update, bis es dann endlich mal raus ist. Vielleicht ist es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch raus. Ich weiß es nicht. Ich glaube noch nicht. Und ja, vielen, vielen Dank. Und dann werden wir halt die neuen Monster sehen. Oder das neue Monster. Können wir dort auch mal Flawless laufen und so. Bin ich echt mal gespannt, wie das so abläuft. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.